Aber dieser Donnerstag geht noch, dieser Donnerstag, dieser Donnerstag geht noch, Puck. Oh, ich hab ein Tech-to-Pack-Feeder, Jungs. Oh mein Gott, Liebe. Oh, es ist, es ist, uuuh. Die hab ich immer in die Worte gelegt, dazu wäre egal. Liebe gelegt, meinst du? Nein, ich hab das mal gesagt, aber nicht in Dumami. In den Inception. Ja, in den Inception, genau. Wollen raus. Wollen raus, keine Blöcke mehr. Bitte nicht verbauen, weil ich sonst nicht hinterher kommen kann. Warum existiert sowas wie Minecraft-Musik? Das ist ja ekelhaft. Ich hab keine Blöcke mehr. Konsti, fast-trash! Nee, Konsti, lauf durch, lauf durch. Nock, die Rot. Achtung, Achtung, Achtung. Über, über, über. Der hat, dann hast du, Konsti. Drei, drei. Ey, der hat ein Schwert, Jungs. Mirko, Mirko, rotting. Okay, Jungs, in die Mitte bauen, Base bauen. Und, alles wie immer. Ja, kein Stub. Nico, du kannst in die Mitte weglaufen. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Nee, nee, ein Block fällt, RIP. Oja, Nico, alles halt. Ah, easy, MLG. Frag mich nicht, wo ich da bin. Ich hab den Jumps mal getroffen lassen. Jo, 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 Jo. Geht hoch, Goldteam, Jungs, Achtung. Spam die, Spam die, Spam die, RunStick, 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 Bet, 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 Bet. Mirko. Wir müssen einfach jetzt in die Mitte kommen. Oh mein Gott, ich fähle, no shit. Sei ich vor, Jo, Jo? Ah, nee, lass Mirko wieder Mitte gehen, oder? Ok, danke. Konzip, wo du dann, nee, Konzip, wo du dann einfach TNT schützt, zu lange. Naja, würd ich auch nicht sagen. Also, wenn einer kommen, musst du basen, einer muss dann schon ehrlich auch basen. Welche Cout aufsetzen? Äh, welches Team sind ja blau, ne? Ja. Ok. Äh, 0,58. Jo, sein Hit noch GG. Mirko, geh basen, das konnte ich von der ersten Coutts bleiben. Wo ist der Typ in der Mitte? Voll Equip, DC. Warte, wir haben noch... Hey, ist der Typ in der Mitte down? Ja, ja. Ja, ja. Ist der Typ in der Mitte down? Ist der Typ in der Mitte down. Äh, Konzi, Gold ist in der EC. Wie viel Gold haben wir? Ah, achso. Leg mal ne Picke rein, bitte. Picke rein. Ja, Polico ist drin. Ja, danke. Ja, Polico ist drin. Neco, geh hoch, bitte. Ja, ich muss aber hoch. Soll ich mit der Def machen, Daniel, oder willst du? Was? Soll ich mit der Def machen, oder willst du? Soll ich mit der Def machen, oder willst du? Und ihr müsst unter dem Weg noch ein Weg bauen, dass ihr schneller in die Mitte kommt, damit ihr Pendler besser in die Mitte fahren. Ja, dann leg mal Blöcke in die EC, bitte, Konzi. Dann mach ich das. Mach den Weg, mach den Weg. Mach den Weg. Ja, ich helf trotzdem nicht. Äh... M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. X-M-M-M. Wie viel? X-M-M-M-M-M-M-M-M. X-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Neu, ein, in die Mitte! Ooo, der Apple-M-M. Sorry, Nico. Ja, ich hatte noch 10-Tierschutz. Warte, ich konzentriere mich jetzt einfach komplett, Lars, ich komm mit, äh... Ja, ihr müsst schon rein, wir mit der Mitte nennen, dass der Wechsel blieft. Ja, ich geh. Ja, wer bist du der Hacker von Us-M-M-M. Ja, eben. Kann ich ihn treffen? Kann ich ihn vielleicht treffen von hier unten? Klar. Ja, ja, kommst du. Ja, Nico, ich fand jemand das. Ja, Nico, wo ist drin? Ja, Nico, wo ist drin? So ein bisschen... Achtung! Ah, er geht zurück, ne? Junge! Es ging eigentlich schon mit dem Typen auf den Schutz, Nico. Also von uns aus, ja. Ach so! Ja, er hat einen Schutt. Nice. Ja, es war zu spät jetzt. Ja, Hauptsache, er kann die... Ja. Ey, einer kann auf! Niko, gib mal hin. Okay, Bung ist drin, Bung ist drin, Bung ist drin. Lars, verlass dich auf mich. Ja, ich guck Quacks hier. Ja, gut. Sollten alle überall schauen. Falls irgendwer was übersieht, weißt du. Ja, ja. Nur, ich kümmere mich dann 100% darum, dass wir jetzt nicht unbedingt... Ja, kommst du oben, oben. Komm, holst du. Bitte gehen, Dani, bitte gehen. Ich will, ich will. Mirko, geh du, Mirko, geh du ja. Nico, spiel auf Zeit. Lass dich nicht mit ihm zu hacken. Tendok, du mit dem Eisenschwert. WTF? Jo. Ich komm zurück, oder? Du hast dann Eisenschwert, oder? Ja, ja, ich hab ein Eisenschwert. Gut. Der Baseball schießt auf dich, Nico, Achtung. Ja, ich seh's schon. Okay. WMG, mitte, mitte. WMG, mitte. WMG, mitte, mitte, mitte. Wird ein zweiter jetzt auch noch machen. Gib mitte. V und Nico. Ja, Nico geht defensiv. Ja, wo ist denn der zweite? Der andere macht jetzt. Der wird dich zuerst, er macht, er macht Das ist da, Nico. Ah, jetzt ist er wieder. LOL Jungs, das ist euer Gewinn. Da ist Nico, du bist ein Tier. Oh Gott, ein HP, Alter. Hast du... Du hast keine Ender-Josty. Ich hab'n Ender-Josty. Und 5 Gold vor allem aus der 10. Ja, ich hab gar kein Eisen. Ja, ich brauch'n Heal-Pod, die können jetzt grad nicht kommen, aber einfach 5 Gold aus der 10. Hier oben ist erst 1 Gold, das heißt, das brauchst du noch lange nicht. Und Food und Blöcke bräuchte ich wieder. Ich hab' nur noch 4 Blöcke. Danni, Danni, Niko. Ich lass' nicht oder sieb'n. Achtung, Konzi. Er kommt rein. Der Bett vorne. Wahrscheinlich bekommt er Scheiß-Bett oder... Konzi ist gar nicht mehr traurig. Flank erstmal wieder so ein Musik. Jonas. Ja, hab frag' ich's auch gerade, ist kein Jonas-Luma. Ne. Vielleicht meint der Jonas. Oder er beim Pferdewurst. Ey, Josty, komm zur zweiten Mitte, einer supporten, bitte. Ja. Bin in der Mitte. Ja. Der war 2er. Einer ist down. Der andere ist 6. Dritte nicht. Konzi ist hier fast die Bogen getroffen. 1. 2. Das ist der One-Shot mit 13er. Ey, der Bass ist down. Oder? Er ist runtergefallen. Ne, der ist runtergefallen. Sorry. Ich sag kurz nicht, wer der Bass ist, weil der außen eine komische Brille hat. Oh, PSL. Digga, Nico, du kannst nicht spawnen. Wir sind immer low. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Der ist instant gespawnt, Alter. Jetzt spawnt einer. Die müssen sich die ganze Zeit töten. Die haben kein... LOL. Wissen Sie das nicht, dass du einen 13er hast? Du hast einen 13er, ne? Ne, ich hab einen normalen. Konzi hat den 13er. Boah, ich hatte grad Schiss, der ist nicht die ganze Zeit auf einem Block stehen geblieben, LOL. Das würde aber auch gehen, weil der halt Bug, wenn er spawnt. Konzi spawnt den Bohr, der ist gleich gegen gesprintet, Nico, das hat man so gesehen. Soll ich zum Bohren konterpumpen, den T-Shots, oder weiter? Ja, ich spiel auf 3. Ich bin der eine spawnt so schnell von denen, den kann ich ja gar nicht treffen. Konzi, dann hol dir hier. Mit 13er kannst du spawnen trappen, theoretisch. Möko, Achtung, er schießt. Boah, sei, geht zurück. Die bauen sich eine Wand vor ihren Spawrentipp. Soll ich dir Idiot? Nee. Am besten bauen sie den spawnen gleich ganz einen. Möko, sorry, dass ich dir einen da und Anweisung gebe. Ich weiß, du willst selbst spielen. Das ist dein Job. Bester Mitte-Spammer, Alter. Das ist dein Job. Lars, wie viel verdienst du das Spiel? Alles, jo. Aktuell noch nix, aber... 10 ELO. Aufstiegs Chancen sind doch definitiv gegeben. Tribunal hat mir mal ein 10er PC-Angebot zu specken. Junge. Ja, gut, aber... Okay. Nice. Schön. Boah, Junge. Aber du stellst dich auch ein bisschen blöd auf. Jungs, können wir TNT machen, bitte? Drei, wir haben die dann. Ja, können wir. Wir haben doch genug Gold, oder? Ja. Wir können direkt die TNT mitnehmen, gehen nach vorne. Soll ich? Okay. Aber brauche ich noch einen Web dazu, weil ich habe keinen Web dabei gerade. Ja, ich habe drei mehr dabei. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Alles gut, Daniel. Bin dir nicht böse. Konty, hast du eigentlich mehr Stärke? Nico willst du versuchen, linker Villager zu testen. Ich chill hier gerade und hoffe, dass er einen hochkommt und mich nicht checkt. Ich gehe jetzt mit 13er Bogen aus. Das wird genauso sein. Das wird genauso sein, Nico. Das wird genauso sein, Nico. Ich lach mich weg. Hey, Junge. Yo, sei noch. Der hackt so rein, Junge. Verstehst du die Scheiße nicht? Der hackt halt zähn. Der kriegt gar nichts mehr. Ich wäre mittlerweile... Ich hätte denken, könnte ich... Man hätte denken, könnte ich... ...drehen. Ich bin runter, den Schnellhälen. Auf Erste. Boi, Pi, Boi, Pi. Conti, bei Stärke. Erste Schicht. Er ist unten. Schön, Conti. Ah, schön. Conti, du bist der zweitbeste Spieler in der Nacht, Arni. Conti! Conti, wo ist er aus? Hey, also der hat Schnellhälen. Wo ist er aus? Er hat einfach passiv gewählt, glaube ich. Deswegen hat er keinen Objekt bekommen. Lauf weiter. Geh auf den Direktrechten. Ich schuhe. Ja, ich schuhe. Der links ist von dir. Rechts von dir. Nico, vor dir. Vor dir, über dir. Drittbester Spieler. Nico, wird das ein Video auf deinem Kanal? Nee, wahrscheinlich nicht. Oh, you already know. Ah, du hast kein Dings mehr, ne? Ja. Doch, ich nehm wieder mit dem Lies auf. Nico, auf dein Bett geholt. Oh, nice. Dann macht das halt von dir. Lass doch, glaube ich, auf dem Nummer-Channel hoch. Nice. Moin, Leute, ey. Moin, ey. Friends and Pocky. Telem fühlst richtig, Alter.